Herzlich willkommen zum Vortrag Meine Geheimnisse in der Videoproduktion auf YouTube. So fängst du an, wie kann man Tutorials auf Linux produzieren bzw. Videos auf Linux produzieren. Es ist hauptsächlich auf Tutorials gedacht oder ausgelegt, vor allem auch so ein bisschen mit dem Bezug zu YouTube. Aber am Ende dieses Vortrages lernt ihr so ein paar Geheimnisse von mir kennen, die ich innerhalb relativ vielen Jahren gelernt habe, um erfolgreich auf YouTube Videos zu produzieren und immer noch nicht den Spaß daran verloren zu haben. Ich würde sagen, komm mal kurz zu mir. Mein Name ist Jean-Frederik Vogelbacher. Ich studiere momentan im Master an der Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen-Nürnberg und zwar Informatik und habe den YouTube-Kanal Linux Guide seit 2015. Ich habe da mittlerweile über 30.000 Abonnenten. Ich glaube, wir müssten mittlerweile fast die 32.000 geknackt haben. Ich weiß es gar nicht gerade so genau. Und nahezu wöchentlich gibt es neue Videos tatsächlich rund um Linux und Open Source. Manchmal etwas lehrhaftere Videos, manchmal auch welche, die etwas informativer sind und ganz selten auch welche, die ein bisschen Spaß machen. Meistens sollte natürlich das tatsächlich alles eher in Richtung Leere gehen und weniger Spaß haben. Aber trotzdem möchte man die Zuschauer abholen und genau auch tatsächlich so ein bisschen für Linux überzeugen. Das sehe ich auch so ein bisschen den Sinn des Kanals dahinter Linux Guides. Einfach Linux und freie Software weiter bekannter machen, zu verbreiten und die Bildung darin in gewisser Weise zu fördern. Ja, ich würde sagen, wenn nicht jemand anders besser geeignet ist, würde ich sagen, starten wir direkt los mit dem Vortrag. Wer den YouTube-Kanal noch nicht kennt, hier einmal dort. Genau, wir bestrahlen beispielsweise auch die Tux-Tage aus. Das ist auch das Projekt, was ich da, ich glaube, im Jahr 2020 jetzt angefangen habe. Wie ist dieser Vortrag aufgebaut? Gehen wir von der Idee bis am Ende zum fertigen Video, sogar vielleicht noch darauf hin zum fertigen User-Feedback zur Veröffentlichung. Und währenddessen gehen wir das erstmal so Schritt für Schritt theoretisch durch. Ich werde euch jetzt kein praktisches Beispiel zeigen, aber Ende nach diesem Vortrag werdet ihr so ziemlich kennen, wie ich an ein Video rangehe, wie ich es empfehlen würde, wenn man so etwas auch in der Richtung starten möchte. Sei es im Bereich Linux, sei es auch in anderen Bereichen. Geht generell um die Content-Erstellung, wenn ich so möchte. Also, der wichtigste Punkt ist erstmal, ein Thema oder eine Idee zu finden. Denn das ist tatsächlich meiner Ansicht nach am aktuellen Stand die wichtigste Eigenschaft eines Videos. Also eine der wichtigsten. Also jedenfalls, die entscheidet am Ende dann doch schon über den Erfolg oder Misserfolg eines Videos. Also man kann relativ viel rausholen über die Idee. Wenn die Idee das Thema sehr gut ist, kann die Videoqualität etwas schlechter sein. Und genau, dann wird es einem trotzdem noch verziehen. Wenn das Thema, die Idee einfach nichts wert ist, keinem Mensch interessiert, dann kann das Video noch so gut produziert sein. Denn es werden viel weniger Leute anschauen. Also da ist tatsächlich mittlerweile der Algorithmus, der halt eben in YouTube dir ein Video vorschlägt, doch schon sehr, sehr ausgefeilt. Und ja, genau, tut da schon am meisten, ich sag mal, drauf abzielen, dass die Zuschauer am längsten auf der Videoplattform bleiben. So lange wie möglich. Und sich natürlich relativ viel Werbung anschauen. Denn so macht YouTube Geld. Also, aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, zu der Idee. Ich habe da mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die relativ wichtig sind. Einmal, ob ich mich mit dem Thema auskenne. Sei es über ein, in der Hinsicht, ein spaßiges Thema oder auch ein relativ ernstes Thema. Wenn ich etwas zeigen möchte, wie etwas funktioniert, man muss sich mit dem Thema schon mal ganz gut auskennen. Man muss da nicht unbedingt der letzte Profi drin sein. Dann kann man, glaube ich, nicht in einer so großen Fülle einen Kanal erstellen, der so viele Themen abdeckt, weil kein Mensch weiß alles. Von daher reicht da eigentlich schon mal ein grundlegendes Wissen aus und kann sozusagen den Zuschauern etwas erzählen. Ich habe auch mal gehört, man muss auch nur einen Schritt weiter als die Zuschauer sein. Dann kann man den Leuten auch schon genug was erzählen. Es gab eine Anekdote von einem Geschichtslehrer, meine ich, aus den USA. Da war immer nur genau eins, zwei, drei Seiten weiter vor im Geschichtsbuch als seine Klasse. Und konnte somit einen perfekten Geschichtsunterricht halten, obwohl er selber nie Geschichte studiert hat. Ich weiß nicht, ob es ein Film war oder echt war, aber jedenfalls kam das mal so vor. Und genau, da steckt tatsächlich schon so ein bisschen Wahrheit drin. Man muss kein Profi sein, man muss nur genau das zeigen, beziehungsweise nur genau den Schritt voraus sein, den man dann halt eben schon, genau, seinen Zuschauern dann ist und die Zuschauer das dann einem als nützlich abkaufen, sage ich mal. Nicht nur abkaufen, es soll am Ende auch was bringen. So ist es ja nicht. Also ich denke, die meisten von uns würden das aus Überzeugung machen, mache ich nebenbei auch aus Überzeugung. Ansonsten, genau, macht das vielleicht auch weniger Spaß, sage ich mal. Und man würde es nie so lange durchhalten. Genau, außerdem ist wichtig, gibt es schon Beiträge über das Thema. Besonders, wenn man jetzt Tutorials oder lehrende Inhalte macht. Also wenn man da jetzt schon ein spitze Video von vor einem Monat hatte, von einem anderen Content Creator, was eigentlich tatsächlich schon relativ gut aufbereitet ist, dann muss man sich die Frage stellen, okay, was würde ich in meinem Video anders machen. Und wichtig ist aber auch nochmal, wie alt dieser Beitrag ist, den man da eben, ich sage mal, in Anführungszeichen als Konkurrenz hat. Ich sage mal so als Faustregel, wenn ein Video älter als zwei, drei Jahre alt ist, dann kann man da ohne Probleme nochmal ein neues Tutorial dazu drehen. Denn die Leute schauen sich doch meistens dann eher die aktuelleren Videos an. Genau. Außerdem auch die Frage, wie viel Mehrwert biete ich mit meinem Video? Also ich denke, die meisten, die ein Video erstellen wollen, sei es im Unterhaltungssektor oder im Lehrendensektor oder in anderen Sektoren, die Zuschauer sollen ihre Zeit vielleicht nicht komplett verschwenden. Also so ein bisschen Mehrwert ist da gar nicht so schlecht, besonders bei den Lehrendeninhalten. Also Tutorials, da möchte man den Zuschauern schon was beibringen. Und im Gegensatz auch dazu, was vielleicht sonst noch auf der Plattform schon kursiert. Sei es auch nur in verständlicherer Form. Das gibt es auch. Ja, außerdem auch nochmal die Frage, wie groß ist die Zielgruppe, wenn das nur fünf Administratoren im deutschsprachigen Raum sind, dann wird das wahrscheinlich nicht das perfekte Videothema sein. Und auch ganz wichtig, interessierst du dich selber für das Thema? Macht dir das Thema Spaß? Wenn nicht, dann such ein anderes. Also ich habe selber vor allem den Spaß in den ganzen Videos gehalten, dass ich mich zwar so ein bisschen orientiert habe, was die Zuschauer sehen wollen, aber mich auch nie komplett verstellt habe und immer Spaß bei diesen Videothemen haben. Und wenn man das behält und da auch genug Videothemen lang und langfristig findet, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Und außerdem ist mein Video anschaulich, kann man gut am Ende was zeigen. Das heißt, ja, versucht eure Tutorials vor allen Dingen, das geht dann in den leeren Bereich, an irgendeinen Praxisfall zu knüpfen, dass man sich das besser vorstellen kann. Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Tipp hier auch nochmal unter der Hand. Macht euch eine Liste von Videos. Macht ihr am besten auf euer Handy drauf oder sehr, sehr, ich sag mal, verfügbar, dass egal wann ihr auch immer unterwegs seid, wann euch ein Gedanke kommt, damit ihr euch diese Videoidee aufschreiben könnt. Weil so entstehen ungefähr 60% meiner Videoideen. Ich habe irgendwann mal einen Gedankenblitz und sage mir auch gut, okay, das schreibe ich mir auf auf meine Liste und dann kommt daraus irgendwann mal ein Video. Auch wenn aus diesem Thema speziell später mal kein Video kommen sollte, kann man aus diesen Ideen auch nochmal andere Videoideen ableiten. Das habe ich auch ganz häufig. Also wichtig, führt, wenn ihr das langfristig machen wollt, eine Liste und versucht sie so greifbar wie möglich zu haben, damit ihr so viele Themen und Ideen euch aufschreiben könnt. Und wie ihr könnt, beziehungsweise wie ihr wollt, je mehr Themen und Ideen ihr habt, desto mehr könnt ihr auch auswählen und sagen, hey, beispielsweise diesen Monat möchte ich jetzt das machen. Das ist viel, viel, viel besser, als wenn man sich das nur im Kopf mal behält. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Schreibt euch am besten so viele Sachen auf wie nur möglich. Mir persönlich hat das auf jeden Fall in vielen Bereichen sehr, sehr viel Erfolg gebracht am Ende. Genau. Wichtig auch nochmal, wenn man komplett startet von Anfang an, versucht es langsam anzugehen. Versucht es mit einem leichten Thema zu machen. Ihr werdet am Anfang nicht euer Traumvideo machen, weil ihr wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig das Werkzeug dazu kennt. Von daher versucht leicht anzufangen, versucht mit einem kurzen Videothema anzufangen. Also zwischen 25 Minuten reicht komplett aus. Ihr könnt auch weniger als 5 Minuten beispielsweise machen. Länger als 20 Minuten empfehle ich persönlich nicht. Ja, kann man auch machen. Aber ja, versucht euch am Anfang nur auf die Videoproduktion selber zu konzentrieren und gar nicht so sehr krass auf das Thema, damit ihr einfach mal so diese Werkzeuge und auch so ein bisschen den Workflow kennenlernt. Also von Anfang bis Ende. Wie entsteht eigentlich ein Video? Wenn wir später mal auf die Videolänge schauen, sind längere Videos durchaus schon sehr erfolgreich. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut, wenn man mal meine erfolgreichsten Videos anschaut. Ich schaue da jetzt mal Just for Fun live nach. Mein erfolgreichstes Video ist eine Stunde lang. Danach haben wir 35 Minuten, 35 Minuten, 20, aber dann wieder 35 Minuten. Also wir sehen, es gibt tatsächlich doch einige Videos, besonders auch die erfolgreichen, die auch schon relativ groß oder relativ lang sind. Das muss nicht unbedingt der Indikator für den Erfolg sein, aber vor allen Dingen im lehrenden Bereich, wenn man wirklich viel zu erzählen und viel zu zeigen hat, dann nutzt die Zeit, macht das Video auch gerne etwas länger. Bis zu 60 Minuten habe ich eigentlich immer super Erfahrungen gemacht, dass da auch Zuschauer wirklich dranbleiben und sich das Ganze anschauen. Und das belohnt einem YouTube dann am Ende auch und schlägt dieses Video dann auch häufiger vor. Also von daher, wenn ihr genug zu erzählen habt, macht das auch gerne etwas länger. Macht es aber auch nicht zu lang. Also versucht, euch so kurz wie möglich zu halten. Niemand mag irgendjemanden, der hier die ganze Zeit nur irgendeinen Stoß erzählt und eigentlich die ganze Zeit vom roten Faden abkommt. Weiter geht es mit dem Skript. Am Ende, wenn ihr ein Video, ein Thema gefunden habt, versucht da etwas herauszurecherchieren. Versucht euch eine ganz klare Struktur zu machen. Was möchtet ihr in dem Video vermitteln? Was ist besonders wichtig? Vielleicht auch in so ein bisschen so einem Ablauf. Was mache ich wann? Da reichen in der Regel auch ein paar Stichpunkte komplett aus. Ich habe hier auch mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt hier ein Video, Skript einer meiner erfolgreichsten Videos auch. Und zwar, das ist glaube ich der Geheimtipp zu Linux Mint X FCE. Hat jetzt knappe 50.000 Aufrufe. Und das ist tatsächlich so ziemlich original mein Skript, was ich dazu geschrieben habe. Ja, also bitte, bitte nicht Wort für Wort durchlesen. Ich selber habe mir das gar nicht mehr richtig durchgelesen, jetzt seit der Videoerstellung natürlich. Und ich habe auch teilweise Schreibfehler drin. Das ist auch komplett egal. Das soll aber auch genau das zeigen. Ist es nicht wichtig, dass es schön formatiert ist? Ist es auch nicht wichtig, in welcher Form das drin ist? Das ist jetzt eine ganz einfache Text- bzw. Markdown-Datei. Die hatte ich genauso vor mir am nächsten Bildschirm oder eben ausgedruckt, wenn ihr keinen zweiten Bildschirm habt und habe mich dann da entlang gehangelt. Ich habe unter Umständen auch nicht genau die Reihenfolge gehalten. Ich habe dann halt immer geschaut, okay gut, was kann jetzt da besser passen? Wenn man sich da natürlich besser vorbereiten will, kann man natürlich auch eine Punkt-für-Punkt-Liste machen. Aber manchmal finde ich es ja schön, wenn man sich die Themen dort aufschreibt und dann, wenn man ein bisschen geübter ist, einfach, ich sage mal, auf den Aufnahme-Button drückt und dann dort versucht, im Redefluss alle Themen soweit abzuarbeiten. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache und nehmt den Zuschauer auch am besten mit, weil das ist das Wichtigste. Ihr macht das Video nicht für euch, ihr macht es für die Zuschauer. Das heißt, ihr müsst es relativ verständlich halten und auch eben strukturiert, dass ihr euch auch darin zurechtfindet. Beispielsweise habe ich jetzt hier mal einen kleinen strukturierten Videoaufbau draufgeschrieben, was ich persönlich selber auch mache und zwar einmal eine kurze Einleitung, ein Catcher sozusagen, so ein bisschen was der Zuschauer in diesem Video erwartet, um ihn vielleicht auch so ein bisschen heiß zu machen. Ja, vielleicht auch noch mal kurz den Aufbau des Videos beschreiben, wenn man beispielsweise im ersten Teil irgendetwas aufsetzt und im zweiten Teil dann beispielsweise einrichtet auf der grafischen Oberfläche beispielsweise. Also bei der Linux Mint-Installation würde ich sagen, hey, am Anfang schauen wir, dass wir auf Windows alle Vorbereitungen treffen, machen dann einen USB-Stick, installieren dann von dem USB-Stick das Linux und so weiter und dann kommt die erste Entrichtung und so weiter. Sowas in der Hinsicht kann man auch noch mal direkt am Anfang kurz einbauen. Nicht zu lange, also wirklich nicht zu lange, die Zuschauer sollen dranbleiben und nicht von einer fünfminütigen Einleitung überrumpelt werden, beziehungsweise gelangweilt werden, weil dann hat nämlich schon der größte Teil abgeschaltet. Also von daher versucht das, besonders am Anfang auch so catchy und so gut wie möglich zu gestalten. Genau, dann einmal auf Aufbauung der Videos hinweisen, Anforderungen kommunizieren. Ist auch wichtig am Anfang direkt zu sagen, für wen ist das? Ist das für den Server-Admin hier oder ist es dann doch für den Anfänger oder ja, für welche Themen soll sich der Zuschauer interessieren? Welche Zuschauer spricht dieses Video an? Also da auch gerne ein bisschen konkreter werden. Nicht allzu konkret. Man möchte ja in der Regel eigentlich das Video schon noch für eine große, breite Masse anbieten. Dann kommt die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da kann ich jetzt nicht viel zu erzählen. Das ist themenabhängig. Ist jetzt natürlich hier auch besonders für einen lehrenden Inhalt gedacht. Wenn man da jetzt aber, ich sag mal, andere Inhalte nimmt, dann kommt halt hier der Inhalt, sozusagen. Und weiter geht es dann einmal mit dem Verweis und Verlinkung auf weitere Materialien und Videos, je nachdem, wo es passt. Und genau, kann dann somit auch weitere Videos von sich unter anderem weiterempfehlen. Und genau, den Zuschauer so ein bisschen bei der Stange zu halten. Und vielleicht auch sagen, hey, schau mal, wenn dich das Video interessiert hat, ich habe dazu auch ein Video gemacht. Das könnte dir auch sehr gut gefallen. Genau, außerdem auch noch eine Aufforderung, an die Zuschauer Kommentare zu schreiben, ist auch sehr toll. Zum einen erhöht das natürlich die Interaktion ganz technisch gesehen, was YouTube dann auch einem Algorithmus, einem widerspiegelt. Aber vor allen Dingen finde ich es auch sehr, sehr toll, mit den Zuschauern zu kommunizieren, zu lesen, was die Zuschauer sagen. Ich lese mir nahezu jeden Kommentar durch von allen meinen Videos. Und das macht einfach Spaß, da zu sehen, was denken die darüber und motiviert natürlich auch einen in der Regel so, hey, mega. Das hat wieder so vielen Leuten gefallen. Ich habe damit wirklich ein paar Leuten geholfen und das gibt einem auch noch eine extreme Motivation. Also zum einen für sich selber, für den Kanal ist es wichtig, vielleicht auch für die Zuschauer, damit sie es nochmal so ein kleines Diskussionsforum vielleicht haben. Das ist eigentlich auch immer ganz schön, wenn die Zuschauer dann untereinander sich helfen, miteinander diskutieren und man dann damit sozusagen auch eine Plattform bietet. Das mag ich persönlich doch sehr gerne. Am Ende nochmal eine Verabschiedung und Verweise auf eigenen Blog, Kanal und so weiter. Wenn man dann noch weitere Internetpräsenzen hat, dann ist das meiner Ansicht nach am Ende erst komplett ausreichend, weil wenn die Leute sich für euch interessieren und dann vielleicht mehr über euch wissen wollen, dann werden sie sich auch das ganze Video in der Regel anschauen und dann könnt ihr da dann auch eure eigenen Sachen promoten. Genau. Ja. Auch nochmal die Frage bezüglich Verständlichkeit. Seid ihr euch unsicher, ob ein gewisser Schritt in einer Anleitung gezeigt werden soll. Wenn euch unsicher seid, macht das ganz einfach. Dann seid ihr euch sicher, dass ihr alle Zuschauer mitnehmt und je mehr Zuschauer ihr in den Videoanleitungen mitnehmt, desto mehr Potenzial hat auch natürlich auch euer YouTube-Kanal und euer Video, sei es auch nur ein einzelnes Video oder auch mehrere. Und genau. Wichtig, man kann immer Videoteile überspringen, wenn man als Zuschauer schon, ich sag mal, erfahren ist beziehungsweise sich mit dem Thema schon auskennt, sich dann nochmal extra die Information zu holen von einem anderen Video her ist dann vielleicht auch etwas umständlicher für den Anfänger. Von daher biete ich da mehr für die Anfänger an, anstatt auch für die Fortgeschritten. Apropos, mir wird auch häufig vorgeworfen, hey, du machst da eigentlich nur Anfänger-Kram und wenn man ja jetzt Linux ein paar Jahre lang nutzt, dann wird man ja eigentlich auch nicht mehr so viel Neues auf dem Kanal finden. Das stimmt in gewisser Weise. Natürlich wiederholen sich teilweise auch Passagen in Videos, wo ich dann auch wirklich die Anfänger nochmal mitnehme. Das ist aber auch extrem wichtig. Ja, also ich sehe in der Hinsicht bei Linux-Guides jedenfalls die Mission, wirklich auch neue Leute für Linux und freie Software zu begeistern. Und da kannst du nicht davon ausgehen, dass sich ein Zuschauer alle 500 Videos anschaut. Ja, oder auch alle 50 Videos vom letzten Jahr oder wie viel es auch immer waren. müssten mehr gewesen sein. Von daher am besten ja lieber nochmal etwas mehr zeigen und die Profis können das dann sowieso überspringen. Häufig habe ich das Gefühl, wenn das wirklich richtige Profis anschauen, die da schon echt gut in dem Thema mit drin sind, dann schauen die sowieso weniger Videos, dann schauen sie sich mehr Blog-Einträge ein. So ist auf jeden Fall die Auffassung, die ich so habe. Außer jemand ist wirklich überfordert mit dem Thema, dann ist ein Video wirklich Gold wert. Beispielsweise habe ich letztens ein Matrix-Server-Tutorial gemacht auf meinem englischen YouTube-Kanal und das ist tatsächlich ganz gut eingeschlagen, weil es sowas in dem Shangon oder beziehungsweise in dem Bereich noch nicht gab und das ist tatsächlich jetzt momentan mein Video Nummer 1. Also von daher, es kann auch mal gerne komplizierter werden, dann aber wirklich Schritt für Schritt die Leute mitnehmen. Dann würde ich sagen, kommen wir weiter zum nächsten Teil. Wir haben jetzt einmal unser Skript, wir haben unsere Idee, jetzt geht es zum Aufnehmen. Ganz kurz, da möchte ich gar nicht so viel verlieren, das habe ich auch schon mal an einem anderen Vortrag bei den KeyDocs noch etwas genauer beschrieben. Also ich nutze ein ganz normales Mikrofon, versuche da nicht zu viel Geld auszugeben am Anfang, später kann man immer noch aufrüsten und solange man jetzt nicht in den Kartoffel reinspricht, passt das eigentlich schon. Webcams habe ich eher für störend empfunden, vor allen Dingen im lehrenden Bereich. Wenn ihr zu Meinungsvideos kommt oder beispielsweise Neuigkeiten, mache ich dann auch gerne mal mit Webcam, aber wenn ihr wirklich was zeigen wollt, wie das geht, dann ist eine Webcam nicht so erfolgreich, beziehungsweise hilfreich. Auch einfach das Zuschauerfeedback gewesen, so man will sich auf den Bildschirm konzentrieren und nicht auf den Hampelmann da unten rechts oder unten links und dann geht es weiter zu OBS, also ich selber nehme dann mit Open Broadcaster Studio aus, ist ein Open-Source-Projekt und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da habe ich das PPA installiert und wenn ich viele lehrende Inhalte zeige, dann mache ich das über VirtualBox, dann kann ich dann nämlich erstens ein generisches Linux-Umfeld schaffen, also ein ganz normales Linux-Mit oder Ubuntu, was jetzt nicht groß angepasst ist und ich kann auch, wenn ich möchte, Sicherungspunkte erstellen. So, weiter geht es mit den OBS-Einstellungen, die habe ich hier nochmal ganz kurz gezeigt, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ganz normale Full-HD-Auflösung, macht da nichts Besonderes, außer es lohnt sich wirklich, macht auch eure ganz normalen 30 FPS, damit werden die Videodateien teilweise halb so groß und ihr müsst weniger hochladen, es muss weniger verarbeitet werden und so weiter und bei den Zuschauern kommt es teilweise sogar auch besser an, weil man beispielsweise bei YouTube entweder nur zwischen beispielsweise Full-HD und 60 FPS dann entscheiden kann oder dann 720 Pixel und 60 FPS, weil dann gar nicht mehr die 30 FPS, was dann vielleicht nochmal ein paar Geräte ausschließen könnte, theoretisch. Von daher, ja, macht das erstmal groß, ohne großen Pipapo, würde ich empfehlen, da kommt wirklich viel, viel mehr auf die Themen an und vielleicht auch auf die, vielleicht auch auf die Videokalität, wie man auch Sachen präsentiert, anstatt dass jetzt wirklich da das technisch auf dem, dass man da auf dem allerletzten Niveau ist, man sollte nicht unterdurchschnittlich sein, aber gutes Mittelfeld, so wie wir das hier sehen, reicht komplett aus, ihr müsst da kein Zauberer werden in puncto der Videokalität, also dass, solange man das versteht und dass man gut erkennen kann alles, dann ist das ganz gut. Außerdem bei der Aufnahme, Text vergrößern ist super, habe ich glaube ich irgendwo reingeschrieben, genau, bei Terminalaufnahmeschrift vergrößern, kommt später, machen wir gleich, zuvor ansonsten, Sicherungspunkt in der Virtualmaschine erstellen, ist super bei der Vorbereitung und natürlich Skript verinnerlichen, also sich davor nochmal ganz kurz anschauen, hey, was möchte ich jetzt eigentlich in diesem Video sagen, hilft auch extrem, sowie auch Stimmübungen, wenn man da jetzt gerade frisch aufgestanden ist und noch so eine zippig knatterige Stimme hat, dann ist es vielleicht nicht das perfekte Setting, jetzt ein Video aufzunehmen, man möchte ja eigentlich den Zuschauer schon eher motivieren, beziehungsweise ja einfach ein tolles Bild abgeben und da nicht schon direkt ein schlechtes Gefühl geben und so denken, der hat gestern eine sehr durchzechte Nacht gehabt, das sollte man eigentlich nicht in der Aufnahme mitbekommen als Zuschauer. Ansonsten, natürlich sprechen ist wichtig, manche, beispielsweise auch Michael Franken, müsste seinen Text komplett aufschreiben und dann einfach einsprechen und dann sozusagen ablesen, ich finde, das erkennt man auch immer und stört auch immer so ein bisschen den Redefluss. ist mir persönlich so gegangen, geht mir persönlich als Zuschauer auch so, von daher finde ich eine natürliche Aussprache schon extrem wichtig. Man sollte natürlich aufpassen, dass man da am Ball bleibt und nicht komplett einen Schluss erzählt, dann kann sowas vielleicht auch helfen in Stichpunkten, aber ich würde persönlich wenig komplett ausformulierte Sätze aufsprechen, ich finde, das merkt man immer sofort als Zuschauer und kommt auch einfach nicht so gut rüber. Für Anleitungen ist das schon noch okay. Nebenbei kleiner Hinweis, naja, also ihr müsst euch ja auch nicht doppelt Aufwand machen sozusagen, also von daher, ja, ich würde das nicht unbedingt formulieren, außer man hat nochmal einen Blogartikel, wie beispielsweise auch Michael Franken, dann kann man das schon machen. Ich persönlich würde es trotzdem nicht machen, weil warum sollte man sich einen Blogartikel durchlesen und danach nochmal das Video genau nochmal direkt anschauen, viel weiter oder viel mehr Sinn macht es eigentlich einen Blogartikel zu schreiben. Und dann nochmal im Video auf ein paar weitere Aspekte eingehen oder andersrum, dass wirklich die Zuschauer vielleicht die Möglichkeit haben und auch vielleicht den Grund haben, vielleicht beide Formen eines Inhaltes zu konsumieren, um dann auch nochmal da was dazu zu lernen. Ansonsten, genau, Dialekt so gut wie es geht vermeiden. Keiner möchte einen Franken oder einen Bayern oder einen Sachsen hören. In der Regel kommt da tatsächlich das Hochdeutsche schon am besten, außer man hat wirklich einen tollen Dialekt. Vielleicht wenn die Niederbayern da nochmal so ein bisschen dazulegen, ich glaube, das könnte ganz gut gehen, so nach dem Motto Nein. Also versucht Dialekt so gut wie es geht zu vermeiden, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass jeder euch versteht und das Video auch nicht unnatürlich wirkt oder beziehungsweise keine Zuschauer abschreckt. Also ich würde generell mit irgendwelchen Sachen, die nicht generisch sind, versuchen, so wenig wie möglich, ich sag mal, Partei zu ergreifen für verschiedene Sachen, dass man so wenig wie möglich Zuschauern auf den Schlips tritt sozusagen. Also beispielsweise auch Politik komplett raushalten nebenbei. Also mache ich auch, die politische Meinung ist in dem Fall am Ende meine Privatsache und hat meiner Ansicht nach auch nichts auf so einem YouTube-Kanal verloren, außer man möchte natürlich politisch da aktiv werden, könnte aber relativ viel Sprengstoff, für relativ viele Sprengstoff sorgen, von daher versucht, solche persönlichen Sachen generell rauszuhalten und beziehungsweise politischen Sachen. Ansonsten andere persönlichen Sachen könnten teilweise hilfreich sein, um einfach nochmal so ein bisschen natürlicher wirken für den Zuschauer, wenn man da einfach nochmal ganz kurz ein Beispiel aus der eigenen Praxis oder sowas erzählt, dann fühlt sich der Zuschauer vielleicht auch manchmal nochmal ein bisschen besser mitgenommen und kann vielleicht auch besser den Vortragenden dann auch nachvollziehen, verstehen, was eigentlich auch ganz schön für beide Seiten ist. Außerdem weiß man mal nicht kurz, was man an bestimmten Punkt sagen will, machen will, am besten still sein, in Ruhe überlegen und dann weiterreden und nicht mit ähm, so und seine Lücken füllen, das ist nicht unbedingt so hilfreich. Mache ich manchmal leider auch noch zu häufig, ist es aber auch verdammt schwierig, das komplett auszustellen. Für manche ist es vielleicht einfacher, für mich ist es relativ schwierig, ich versuche es so weit wie möglich zu vermeiden, aber zu 100% kriege ich das leider selten hin, aber da arbeite ich noch an mir und vielleicht kriege ich das auch mal weg, aber so wenig wie möglich Lückenfüller verwenden, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut und auch vor allem und auch vor allem wenn man geordnet langsam spricht und auch mal Pausen einbricht ein, ähm, einbringt, meine ich, dann kann man viel, viel besser im Nachhinein sein Video schneiden, anstatt man hat einfach einen kompletten Wortsalat und muss sich dann so durch Frame von Frame kämpfen und glaubt mir, das ist sehr, 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 sehr nervig, sehr zeitintensiv und bringt eigentlich am Ende keinem was. Ansonsten klappt ein Teil während der Aufnahme nicht so gut im Sprechen oder habe ich irgendwie einen Teil vergessen oder irgendein Teil einfach, ja, nicht geschafft beziehungsweise einfach versagt in einer gewissen Sache dann am Ende einfach beziehungsweise direkt nochmal ein paar Schritte zurückgehen und dann einfach nochmal von vorne starten und sich am besten merken, wenn man das ungefähr gemacht hat, dass man das im Videoschnitt dann direkt später auch nochmal, ich sag mal, direkt rausschneiden kann beziehungsweise sich noch erinnern kann, ah, okay, den Teil, den ich jetzt gerade erzähle, den fange ich gleich eh nochmal neu an, von daher kann ich den Teil sogar wieder rauscutten. Das ist tatsächlich auch eine gute und hilfreiche Sache, womit auch viele Kollegen von mir, ich sag mal, relativ effizient ein komplettes Video aufnehmen können, ohne erstens viel zu schneiden und trotzdem noch sehr kompetent zu wirken und natürlich auch das Video so kurz und knackig und informativ wie möglich zu halten. Weiter geht es zum Schnitt zur Nachbearbeitung, manche hauen ihre Videos komplett voll mit Effekten, das ist eine sehr, sehr tolle Sache, ich persönlich habe für mich entdeckt, dass das nicht unbedingt der Punkt ist, als Tool verwende ich da eigentlich hauptsächlich nur Cardin Live so ein bisschen zum Schneiden und zum Rausschneiden von irgendwelchen Versprechern oder zu Neuanfängen, sage ich mal. Audiobearbeitung habe ich früher noch gemacht mit Audacity, mache ich mittlerweile gar nicht mehr, mein Mikrofon ist okay dafür, was ich jetzt aufnehme und von daher habe ich meistens nur den Ton früher verschlimmbessert, von daher lasse ich das in der Regel. Außer ihr seid wirklich richtig guter Tontechniker, dann könnt ihr da nochmal rangehen, aber die meisten, ich würde mal sagen 90% verschlimmbessern den Ton eher, als wenn er so einfach natürlich rüberkommt und meistens ist es auch nochmal eine Geschmackssache. Also von daher bearbeite ich die Stimme einfach seit Jahren glaube ich auch nicht mehr und spart mir auch immer wieder ja so 5 Minuten manchmal pro Video und das ist natürlich auch nochmal hinzugewonnene Zeit und wenn wir das mal ein bisschen hochrechnen, dann ist das gerne auch mal ja eine gute Stunde beziehungsweise mehrere Stunden pro halbes Jahr oder pro Jahr. Weiter geht es wirklich mit der Videobearbeitung in Cardian Live habe ich mir verschiedene Hotkeys angelegt, mit D und S kann man dann viel viel schneller und besser schneiden meiner Ansicht nach, ansonsten ist es Shift R und entfernen die Hotkeys dafür, bis man diese Tastenkombination gedrückt hat anstatt ganz schnell D und S dann kann man da tatsächlich nochmal ein bisschen Speed hinlegen, weil tatsächlich die Videoschnittbearbeitung ist ein sehr lästiges Thema vielleicht, aber man muss sich da tatsächlich immer durchschlagen, ob man will oder nicht, von daher da kann man auch manchmal nicht so richtig viel Zeit sparen, da hilft es nicht, da muss man durch und von daher versucht das so effizient wie möglich zu gestalten und mit D und S als Hotkeys ist mir das ganz ganz gut gelungen, außerdem regelmäßiges Abspeichern nicht vergessen, Cardion Live stürzt auch gerne mal ab, die Rendereinstellungen habe ich auf dem Standard gelassen, so ziemlich, da habe ich nicht viel eingestellt und auch habe ich tatsächlich, wie schon eben angewendet oder angemerkt, ja Animationen und Einspiele eigentlich gespart, weniger ist meistens mehr, weil die Leute, wenn sie beispielsweise jetzt einen lehrenden Inhalt, ein Tutorial anschauen möchten, dann wollen sie wissen, wie was geht und dann ist ihnen das Video oder die Videogestaltung erstmal zweitrangig, außer es geht ein bisschen mehr in Unterhaltung, da kann man dann auch nochmal ein bisschen mehr rein investieren, aber man kann sich da wirklich stundenlang verlieren, versucht euch ein Limit zu setzen, so und so viele Minuten investiere ich jetzt in Effekte, danach reicht es, also das kann ich euch nur empfehlen, das wirklich zu begrenzen, ansonsten hängt man da gerne auch mal 2-3 Tage an dem Video, um das nochmal perfekter zu machen, da ist dann aber am Ende tatsächlich so ein bisschen die Kosten-Nutzen-Rechnung bei mir nicht ganz gleich, also ja, man hilft mit einem Video, was man vielleicht innerhalb eines halben Tages macht, auch genauso viel den Leuten, wie wenn man eineinhalb Tage da reinsteckt, in die Nachbearbeitung beispielsweise, also von daher verliert euch in diesem Schritt nicht. Weiter geht es in einem wichtigeren Schritt meiner Ansicht nach, als das Einstellen von Effekten, und zwar das Thumbnail eines Videos. Das ist am Ende sozusagen die Verpackung. Und das ist egal, ob ihr jetzt Blogartikel erstellt oder ein Softwareprogramm präsentieren wollt, beziehungsweise auch ein Video hochladen wollt. Und da ist das Wichtigste, einmal ein gescheites Thumbnail zu machen, beziehungsweise wirklich eine Vorschau zu kreieren, die Lust auf mehr macht. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen eine, ich sag mal, Evolution meiner Thumbnails gezeigt. Also am Anfang war das hier sehr altmodisch, würde ich mal sagen. Dann wurde es eigentlich immer weniger, nein, nicht immer weniger Informationen, aber immer vielleicht auch plakativer in der Hinsicht. Gut, okay, in meinem Fall, also geschrieben steht immer noch das Gleiche drauf auf den neuen Videos, sogar fast sogar ein bisschen mehr. Aber generell sieht man hier, ich habe da schon so meinen Stil gefunden, versucht auch euren Stil zu finden. In meinem Fall ist hier das Rezept relativ wenig Wörter auf ein Thumbnail. Viel Bild zeigen tatsächlich ist hilfreich und ich sag mal, das Wichtigste natürlich in dieses Thumbnail zu packen und auch so spannend wie möglich zu gestalten, dass man wirklich Lust bekommt, als Zuschauer da drauf zu klicken. Versetzt euch auch gerne mal in die Lage, macht auch gerne mal während dem Erstellen des Thumbnails einfach klein und schaut euch an, wie wirkt das auf einen Zuschauer, weil der Zuschauer wird das ja nicht erstmal riesig vor seinen Augen sehen, sondern auch relativ klein auf dem Handy oder auf dem Rechner und dann müssen da die wichtigen Sachen zu erkennen sein und unwichtige Details lasst ihr am besten aus. Investiert da aber gerne trotzdem mal ein bisschen Zeit rein, probiert euch da gerne ein bisschen aus, es hilft auf jeden Fall dort einfach mal sich ein bisschen auszuprobieren und da auch seinen Stil zu finden. Ist auch immer hilfreich, einen Wiedererkennungswert zu machen, zu bilden in seinen Thumbnails, dass die Zuschauer, wenn sie in ihrer Abo-Box schauen oder wenn sie das so auf ihrem YouTube-Kanal entdecken, auch direkt das Video und sie so sagen, hey, das ist doch der Jean, da klicke ich doch mal drauf. beispielsweise. Die beste Marke eines Thumbnails ist auch das Gesicht, also wenn man möchte, kann man da auch das Gesicht drauf klatschen. Ich glaube, das macht keiner von den Linux-Youtubern. Ich glaube, das braucht man in unserer Sparte nicht, aber versucht da eure eigene Marke zu finden oder irgendwie einen eigenen Stil von euren Thumbnails, dann fällt es euch erstens leichter, Thumbnails zu produzieren und die Zuschauer erkennen es auch gerne wieder. Also hier auch gerne ein bisschen mehr Zeit reinstecken, mehr, ich sage mal, Liebe und mehr Detail bitte in die Thumbnails anstatt in die Animationen und Einspieler, weil die Animationen und Einspieler sieht der Zuschauer erst, wenn er auf das Thumbnail geklickt hat. Also von daher, ihr versteht hier das Henne-Ei-Problem. Ja, ein paar Tipps auch nochmal dazu. Ich glaube, ich habe hier schon alles wichtig gesagt, besonders wichtig bei Konkurrenz, das heißt, wenn ihr einen Konkurrenten habt, der tatsächlich ungefähr genau die gleichen Videos beispielsweise produziert, dann versucht euch vor allem beim Thumbnail und beim Titel ein bisschen was einfallen zu lassen, was tatsächlich der Konkurrenz ein bisschen vielleicht das Wasser abgraben könnte beziehungsweise den Zuschauern nochmal eine Alternative zeigen könnte und euch so ein bisschen hervorzuheben. wichtig aber bleibt immer auf dem Boden der Tatsache mit euren Thumbnails verspricht da nicht das Gelbe vom Ei. Das erkennt YouTube auch oder auch die Zuschauer und dann werdet ihr eigentlich besonders bestraft. Also von daher versucht, das Thumbnail so ehrlich wie möglich zu halten, aber trotzdem so spannend wie möglich, sodass viele Zuschauer auf eure Videos klicken. Wichtig aber, solltet ihr ein perfektes Thumbnail, einen perfekten Titel beispielsweise auch haben, aber euer Thema einfach kein Schwein interessieren, dann hilft auch das beste Thumbnail nichts. Schlechte Themen strafen euch leider sehr sehr ab in YouTube. Natürlich ist natürlich nachvollziehbar am Ende, wenn niemandem das Thema interessiert, warum soll er das Thema auch anschauen. Das erkennt YouTube auch mittlerweile sehr sehr gut und schlägt das dann auch viel weniger Leuten vor. Von daher ist am Ende tatsächlich das Thema das ausschlaggebendste, das Thumbnail und ein guter Titel die verhelfen natürlich noch mal zum Erfolg eines Videos mit gutem Thema, aber sie machen ihn nicht entscheidend. Das macht nur das Thema tatsächlich. Ja, was verwende ich da an Tools? Beispielsweise kann man GIMP verwenden, das habe ich eine lange Zeit verwendet. Libre of the Straw könnte man auch sehr gut verwenden, da kann man auch relativ viel machen. Mittlerweile nutze ich leider Canva.com tatsächlich auch die Bezahlversion für mich. Ja, ich erstelle die ganze Zeit verschiedene Grafiken rund um meine verschiedenen Projekte drumherum und dann habe ich einfach gemerkt, bin ich mit Canva.com etwas produktiver, auch wenn ich mit GIMP natürlich etwas mehr anstellen könnte. Für meine Zwecke reicht dann immer Canva.com, aber ja, geht da euren eigenen Weg, vielleicht findet ihr auch euer eigenes Tool. Wenn ihr viele Bilder haben wollt, die ihr zur freien Verwendung direkt benutzen wollt, dann könnt ihr auf pixabay.com mal nachschauen, dort sind sehr, sehr viele Grafiken, ich glaube 1,5 Millionen mittlerweile und das kann man auch ohne Probleme auch kommerziell, wenn man möchte, verwenden und da auch somit sein Thumbnail aufwerten. Ja, ich habe ja auch nochmal ein Beispiel gebracht für ein etwas langweiligeres Thema. Ich habe mal ein Event-Management-System, das was ich auch in diesen Tux-Tagen hier schon mal vorgestellt habe. Ja, programmierte Live tatsächlich auf YouTube die ersten Stunden und ja, wie macht man dafür ein Thumbnail? Ja, also am Ende habe ich mich da auch nicht allzu lange in die Mache begeben. Also ich habe bei mir immer so einen Timer von 5 bis 10 Minuten, wo ich mir sage, okay, danach muss das Thumbnail fertig sein, ich möchte ja nicht zu viel Zeit rein investieren. Aber ihr seht, ich habe eigentlich am Ende einen netten Hintergrund genommen, der so ein bisschen Coding annehmen lässt, dann einmal die Logos draufgepackt von den Software-Projekten oder von den Themen, die ich darauf verwende und dann nochmal ein bisschen Text und somit ist bei mir beispielsweise so ein Thumbnail entstanden, wenn wir die anderen mal sehen, die sind sehr, sehr ähnlich. Beispielsweise Linux-Youtuber reagiert auf Windows 11, da habe ich tatsächlich das Linux komplett rausgelassen, sondern habe wirklich nur das Windows-Logo dann da draufgepackt nochmal und ich glaube, der Hintergrund ist einfach ein Screenshot vom Video, was wir da angeschaut haben. Oder nochmal simpler, beim Geheimtipp, Linux Mint seht ihr eigentlich ein ganz schickes Bild, tatsächlich ist es aber auch nur ein ganz normales Hintergrundbild, was damals mit dem Linux rankam und nur dieses Thema Geheimtipp Linux Mint XFCE mit Kombinationen, so einem ganz netten Bild, was vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, den ein oder anderen etwas träumen lässt oder denken lässt, allein nur diese Kombinationen haben tatsächlich auch schon relativ viel bewirkt und haben das Videothema vor allem unterstützt. Also ein Thumbnail sollte auch das Videothema unterstützen und den Zuschauer wirklich auch auf dieses Thema so ein bisschen vorbereiten und aber natürlich auch irgendwie heiß halten. Na so Geheimtipp, Linux Mint XFCE, dann fragt man sich, hey, warum ist denn das so gut? So nach dem Motto. Oder Linux-Youtuber reagiert auf Windows 11, ich denke, da erkennt jeder einen Plot-Quest. aber ansonsten auch relativ starre Themen wie Linux, Mint, Zara, Version 18. Denkt man so, ja, und das hat viele Aufrufe gegeben. Ja, in der Tat. Also tatsächlich, Leute interessieren sich auch gerne mal einfach nur für neue Versionen. Also es muss nicht unbedingt immer das perfekt recherchierte Thema sein, wo man stundenlang dran saß. Manchmal sind es auch fast die plumpen Themen, die mindestens genauso viele Aufrufe bringen. Also da muss man aber auch so seine Mitte finden. Wenn ich nur plumpe Themen machen würde, würde ich irgendwann den Spaß an YouTube verlieren und denke mir, wofür mache ich das eigentlich? Von daher versuche ich da immer eine ganz gute Mitte zu finden und versucht einfach am Ende, dass ihr auch zufrieden und überzeugt von der Videoerstellung seid. Dann kommt ihr damit eigentlich am besten durch und habt auch am meisten Motivation. Ja, zur Veröffentlichung geht es weiter so um Plattformen. Man kann das natürlich auch auf verschiedenen weiteren Plattformen veröffentlichen. Beispielsweise, ja, YouTube haben wir jetzt schon gehabt. Ist eine der größten Suchmaschinen der Welt. Ich glaube, das müsste sogar die zweitgrößte sein. Also Leute suchen auch gerne über YouTube. Ansonsten Peertube gibt es natürlich auch. Ist so ein dezentrales Videonetzwerk. Ja, für mich geht hier die Kosten-Nutzen-Rechnung noch nicht auf. Ich muss pro Peertube-Video um die halbe Stunde nochmal extra investieren in ein Video. Dafür, dass sich das vielleicht 10 oder 15 Leute anschauen, ist für mich da einfach die Rechnung nicht unbedingt ausgegeben. Wenn man da jetzt aber beispielsweise YouTube nicht haben möchte, habe ich jetzt bei mir eine vollautomatische Synchronisierung von YouTube aktiviert bei Odyssey. Das gibt teilweise mal dreistellige Aufrufzahlen. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber bietet für mich keinen Mehraufwand und gibt nochmal Leuten die Chance, Videos komplett kostenfrei, werbefrei anzuschauen und ja, auch ohne Google-Technologie, wenn man so möchte. Also von daher geht das da auch. Wichtig ist aber bei der Veröffentlichung, dass ihr Kontinuität bewahrt. Da ist natürlich dann am Ende der Knackpunkt, ihr müsst eigentlich relativ regelmäßig solche Videos machen. Nicht nur für den Algorithmus, auch für euch. Dann bleibt ihr im Training, dann bleibt ihr wirklich fit, weil mir ging das auch schon mal nach einer Pause so, wie mache ich denn jetzt eigentlich nochmal so ein Video? So nach dem Motto. Und dass man da dann einfach wirklich drin bleibt, ist eigentlich relativ wichtig. und genau da einfach wirklich versucht, sich so einen kleinen Plan zu machen, dass man auch, ich sag mal, über sich weiter hinauswächst und dann nicht unbedingt irgendwann in und sich dann nicht irgendwann denkt, ach, ich habe ja erst letztens ein Video hochgeladen, ich lasse mir noch mal eine Woche Zeit und dann waren es dann statt einem, ja statt drei Wochen dann doch schon zwei Monate. Das kann schon relativ schnell passieren. Von daher schaut, dass ihr da so einen gewissen Plan einhaltet, sei es mehrere Videos pro Woche, wöchentlich ein Video, zwei wöchentlich ein Video, Hauptsache ihr habt da eine Struktur drinnen. Ansonsten waren früher auf YouTube vor allen Dingen diese Video-Tags sehr, sehr wichtig. Mittlerweile ist das immer unwichtiger und gibt es eigentlich unter YouTube gar nicht mehr, also ist nur noch sehr, sehr, sehr versteckt und braucht man eigentlich nicht mehr. Viel, viel wichtiger ist der Titel, die Videobeschreibung und das Thumbnail auf YouTube. Die sind da auch nochmal viel, viel aussagekräftiger auch für die Suchergebnisse. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass YouTube auch den Text des Videos übersetzt beziehungsweise erkennt, was man darauf sagt und wendet darauf auch nochmal die Suche an. Bin ich mir zu 100% sicher, dass sie das auch machen und nicht nur das Thumbnail, den Titel und die Videobeschreibung verwenden. Also ich gehe mir ganz, ganz sicher davon aus, dass die auch das Video vom Audio her analysieren. Ist bei Odyssey jetzt beispielsweise noch nicht so oder bei Peertube, da ist es dann auch nochmal wichtiger, ich sage mal, Tags zu verwenden und versucht dann da auch die Tags oder die Überschriften so zu wählen, wie ein Zuschauer vielleicht nach euren Inhalten suchen würde. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wirklich sich immer an verschiedenen Stellen der Videoproduktion in den Zuschauer rein zu versetzen, wo steht der Zuschauer gerade, was denkt der Zuschauer gerade, was könnte er denken und wie könnte er vielleicht dann in dem Fall auch nach meinen Inhalten suchen. Genau, feste Uploadzeiten, Uploadt-Tage sind stärkstens empfohlen, also einfach auch wirklich für euch, damit ihr da auch so ein Flow habt und dann da weiter am Ball bleibt. Ja, ansonsten kommen wir zum User-Feedback. Teilweise kann User-Feedback sehr, sehr, sehr hart sein. Also es gibt immer mal wieder Kommentare, auch unter meinen Videos oder auch unter Videos von Kollegen, manche haben da auch schon deswegen aufgehört, die einfach sich gesagt haben, die Community ist teilweise so undankbar, die Zuschauer sind so undankbar, meckern nur die ganze Zeit, die sehen es und das ist tatsächlich aber auch immer nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Zuschauer. Ich sag mal, 95% der Zuschauer finden die Videos cool, unterstützen das beziehungsweise überfreuen sich einfach auch, wenn ein neues Video hochgekommen ist. Die schreiben sowas aber auch nicht immer. Die wenigsten schreiben, hey geil, nochmal ein neues Video, danke dir, sondern das schreiben dann meistens nur die Leute, denen das Video erstmal nicht so gut gefallen hat und wie wir leider als Menschen auch gebaut sind, festigen sich diese negativen Kommentare immer viel, viel mehr in den Gedanken nieder als jetzt irgendwie ein positiver Kommentar. Ist leider sehr, sehr schade. Ja, also von daher versucht nie den Spaß daran zu verlieren, versucht hinter den Videothemen zu stehen, ja, versucht auch hinter den Videos zu stehen, die ihr macht, dass ihr euch auch mal jeden Morgen in den Spiegel schauen könnt und sagen könnt, hey cool, ich mache coole Videos. Muss man tatsächlich auch manchmal machen, wenn man da dann doch mal wieder ein bisschen mehr Gegenwind bekommt. Das ist aber leider in gewisser Weise ganz normal, ist klar, das Internet ist einfach ein leider sehr asozialer Raum, auch wenn es Social Media heißt, die Leute verstecken sich hier hinter dem Bildschirm und können alles schreiben, eigentlich meistens ohne irgendwie eine Rüge und so weiter und haben da meistens einen größeren, eine größere Klappe, nenne ich es jetzt einfach mal, als wenn sie dann einem gegenüberstehen. Also von daher wichtig, vor allem wenn es persönlich wird, versucht das User Feedback nicht zu krass an euch ranzulassen und auch noch mal ganz, ganz wichtig, niemals mit den Zuschauern diskutieren. Man selber kann als YouTuber und als Videoersteller eigentlich nur verlieren, wenn man auf Diskussionen eingeht, auch wenn man eigentlich Recht hat, ja in der Regel begibt man sich dann auf das Niveau eines Zuschauers auch unabsichtlich und das muss dann eigentlich nicht sein. Und von daher auf solche Kommentare antworte ich meistens, wenn dann nur sehr knapp oder manchmal auch gar nicht, wenn es mir auch einfach wirklich zu blöd ist. Also versucht wirklich euch auch so ein bisschen an dem positiven Feedback festzuhalten und vor allem auch, wenn das Video jetzt hier oder den Vortrag hier auch Zuschauer anschauen, eure YouTuber oder eure Video- und Content-Ersteller freuen sich immer sehr über positive Kommentare und das motiviert extrem. Von daher schreibt gerne mal den einen oder anderen positiven Kommentar unter einem Video und sagt einfach, hey, das hat mir wieder heute gut gefallen und ja, das freut tatsächlich einen Videoersteller immer mehr und immer wieder und das ist eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, aber wichtig auch, versucht, auch wenn es konstruktive Kritik gibt, auch diese aufzunehmen und versucht es in euren Videos umzustellen, wenn ihr dem auch so seid. Wenn aber jetzt eine Person eine ganz andere Meinung ist, hey, du hättest doch für diese Anleitung auch das und das verwenden können, hey, ganz ehrlich, es gibt immer tausend Wege, die nach oben führen und wenn es doch ein Zuschauer besser meint, dann soll das auch besser selber mal nachmachen und dann schauen wir mal weiter. Es sind dann meistens auch nur irgendwelche Hochstapler oder irgendwelche Leute, die einfach auch selber einen miesen Tag haben und dann sich hier so ein bisschen abreagieren wollen. Und von daher bleibt da erstmal ganz entspannt. Man kann es nie allen recht machen. Versucht immer Spaß daran zu haben und versucht immer die positive Seite von Leuten zu sehen. Es gibt immer welche, die euch kritisieren werden, egal wie gut euer Video ist und sobald man das verstanden hat, kommt man da eigentlich auch ganz gut durch. Manche haben es leider nicht verstanden beziehungsweise denen hat das dann zu sehr angesetzt und die haben dann tatsächlich langfristig auch aufgehört, was sehr schade ist. Und besonders in der Linux-Community finde ich das sehr schade. Der Ton ist teilweise sehr, sehr rau auch in verschiedenen Foren. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht. Ich finde, dass die Linux-Community vor allen Dingen auch sehr toxisch untereinander ist. Teilweise besonders in den alteingesessenen Kreisen finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schade. Und versuche ich auch immer auch auf meinen Plattformen auseinander zu halten und auch tatsächlich rauszuhalten. Also wenn sich Leute in den Kommentaren oder im Forum nicht benehmen können und immer respektlos auf andere Leute antworten. Klar ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber ganz ehrlich, wir wollen ein nettes Miteinander. Die Leute können auch gerne woanders ihre Meinung hinschreiben und müssen dann nicht schlechte Laune in irgendwelchen Foren oder Kommentarsektionen verbreiten. Vor allem, wenn es dann häufig eigentlich nicht mehr ums Thema geht. Ja, das wäre es eigentlich so ziemlich dazu. Jetzt haben wir hier nochmal alles Wichtige auf den Blick. Also das Wichtigste ist tatsächlich das Videothema, dass ihr da gewappnet drauf seid. Macht das lieber einfacher als kompliziert am Anfang. Später ins Komplizierte könnt ihr immer noch gehen. Die Videostruktur ist auch sehr essentiell. Schaut, dass er da den Zuschauer an einem roten Faden mitnimmt. Versucht, Schritt für Schritt aufzunehmen, wenige Sprechpausen so weiterzumachen, so wenig wie nötig nachzubearbeiten. Gute Thumbnails, gute Titel sind sehr, sehr wichtig und regelmäßig auf festen Plattformen Veröffentlichung und tatsächlich auch User-Kritik niemals zu Herzen nehmen, sondern nur professionell aufnehmen und eher meistens auf die helle Seite der Kommentare zu schauen, weil die überwiegt in der Regel doch sehr, sehr stark. Und ja, was ist jetzt vielleicht mein Top-Geheimnis, um YouTube zu machen, um so einen YouTube-Kanal aufzubauen? Und das ist einmal Spaß, so ein bisschen Leidenschaft natürlich auch, Kontinuität, Durchhaltevermögen und Motivation. Wenn ihr diese fünf Sachen habt, egal in welchem Thema, dann seid ihr gut geeignet für die Videoerstellung oder für euer Team, was ihr angehen wollt und dann schafft ihr das auch gut. Eigentlich immer dranbleiben, Spaß haben, lernen, besser werden. Niemand ist vom Himmel gefallen und konnte schon direkt alles. Fangt Schritt für Schritt an, habt Spaß bei dem, was ihr macht und versucht euch stetig zu verbessern, aber schaut auch, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung bei euch auch immer aufgeht. Und wenn ihr diese Tipps beachtet und das, ja, jetzt die mittlerweile sieben Jahre lang durchmacht, dann solltet ihr eigentlich auch relativ erfolgreich sein, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Vortrag der Tux-Tage.